weniger geworden das ist schon mal gut dafür gibt es jetzt noch mal das zu level 2 doch hat noch ein leben gegeben also kann auch mal sein dass ein challenge kommt keine power-ups oder der eine muss blind spielen wird durchgelost oder 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 also wenn ihr schon mal der challenge bei uns auf dem kanal gesehen hat ist eine große chance dass die hier gleich auftaucht das war fast schon dass er fast schon gekonnt haben wir uns beiden jetzt hier also ich muss sagen ich kann nicht laufen kann man nicht fressen ja du kannst du drauf springen und benutzt dann den anderen sprungknopf das weiß ich noch ich habe das auch ewig mit spiel das waren übrigens mit das erste super nintendo spiel was ich hatte mit 11 0 und super zocker in so einem wandel ich habe es geliebt damals was auch du mir tschüss joshi kommen ja noch zurückholen ja ich von den einen so gut mario die prinzessin wurde entführt wohin nach links zu laufen verdammt wir fressen alles zweimal ja 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 Wir sollten uns... Oh, Glück gehabt. Ach, scheiße. Egal. Aber geschafft. So die nächste Challenge gehört mir, ne? Das wird genau...